einen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ihr seht es schon unten rechts der balken endet sich dem level 259 wir werden gleich level 260 freischalten damit ist den china komplett vergoldet und sky sollte in der gold version freigeschaltet werden wir brauchen nur noch ein oder zwei nein dann ist es die dieses ja kaum dass es nein dann ist es die truhe von der truhe heute ist doch verarschen dann los macht macht ja sehr schön so lobe ich mir das level 260 ich habe die runde jetzt verlassen und wir sollten die sky jetzt freischalten und da ist sie die tun wir natürlich ausrüsten genauso wie das abenteuer kit ebenfalls und damit haben wir level 260 erfolgreich gestartet nun müssen wir die sky komplett vergolden und dann schalten wir endlich agent charlie in der gold version frei wenn ihr das nicht verpassen wollt abonnieren glocke aktivieren leute wollt ihr mich eigentlich komplett verarscht was das für eine kacke hier also mal ehrlich 97 prozent die leute die meine videos gucken habe ich nicht abonniert frechheit das müsst ihr jetzt sofort tun lasst uns direkt die 2000 abos heute voll machen kapper ansonsten würde ich sagen montags mittwochs und freitags und 15 uhr gibt es ein neues video ich vergolde jetzt die sky und dann sehen wir uns bei goldenen viele wieder aber natürlich auch vorher bei den videos und wir werden natürlich dann auch diesen banner hier oben freischalten ich habe jetzt den vorletzten mit dem vier stern ab level 300 gibt es dann den mit dem fünf stern und dann würde ich sagen haut rein und ciao leute